Also ein ganz ganz kurzes Video und zwar die französische Seite da hier, da sind tatsächlich alle YouTuber drin, ich habe zum Beispiel auch Zahnverbot gefunden und die andere, die hier, habe ich ihnen auch gefunden, also nicht nur ihnen natürlich, sondern auch viele andere YouTuber, ich habe ganz viele mal durchgesucht, die meisten oder eigentlich alle sind drin, unter anderem auch ich, also ich bin dann echt beruhigt, weil ich sage, oh Gott, wenn ich da als einziger drin bin, wer hat da wieder beim Misch gebaut, aber es sind alle drin, also anscheinend, weiß ich nicht, ist es so wie YouTube, keine Ahnung, auf jeden Fall, sind da alle YouTuber drin, nicht nur ich, da bin ich echt beruhigt, wenn ich ehrlich bin, also bis zum nächsten Mal.